Das ist jetzt das, die vier Bodenwirbel. Mach ich mal zwei Stück davon. Andersen gleichzeitig. Auf Schlag. Na komm. Ja, das mit Schlag funktioniert glaube ich nicht so gut. Also das war kein Bodenwirbel. Es war keine Ahnung was das war. Ja, die Teile sind scheiße. Sag ich mal so wie es ist. Ja, die auch schon. Jetzt kommen weitere Bienen. Das ist hier jetzt die Packung. Ich glaube das sind die mit 0,4 Gramm mehr. NEM. Schön wie die Zinschen noch einfach brannt. Na gut, dann noch mal einen. Hab ja noch einen. Den stelle ich mal hin oder ich versuche es hinzustellen. Sollte jetzt besser funktionieren. Was sind das für eine scheiß Zinschnur. Die brennt ja nicht mal durch. Ist ja nicht mal nass geworden. Ist ja gerade ausgepackt. Ahhhh. Sowas kotzt mich immer an. Mein Feierwerk. Dann mal zu den Sternchenfeuer. Hätte mir ein Messer mitnehmen sollen. Kann hier jetzt ein bisschen dauern. Kann hier jetzt ein bisschen dauern. Also was soll man dazu sagen. Sind die Standard-Billigteile halt. Kann ja mal ein paar mehr dazu legen. Okay. Sock. Das war halt jetzt alles aus dem Sortiment. Also für 5 oder 6 Euro würde ich es mir zweimal überlegen. Ob ich es mir kaufe. Also wofür dazu. Muss jeder dann für sich selber wissen. Schluss.